so wir sind wieder auf der leitung ja damit herzlich herzlich willkommen hier zum port 2 ja ihr seht ihr jetzt bei mir als port 2 ich sage jetzt mal port 1 aber bei unserem basti der nimmt ja auch gleichzeitig ihren let's play auf ist es der port 2 und bei mir leider der port 1 aber ich möchte euch ganz herzlich begrüßen hier bei landwirtschaft simulater mit euren denn zu dlp tv und seuren sebastian nebenbei fährt er nämlich gegenüber ja wir machen hier ein bisschen let's play landwirtschaft simulater zusammen ja wir fangen von klein auf an wie wir in der letzten folge ja schon erwähnt haben richtig ohne schicken ohne alles ohne schicken ohne alles ja ihr hört es jetzt zum doppelten bastis fans oder zuschauer hört heute mal zum doppelten aber ich muss es ja leider noch mal sagen ja wir machen hier ohne cheats ohne bugs oder oder passt für sich ja wir machen mit modes auf jeden fall aber das kommt mit der zeit also wir machen erst mal von anfang an von klein auf diese felder hier fertig und versuchen ja ein bisschen was aufzubauen und danach kommen immer noch die modes ja basti jetzt darfst du deinen software erhöhen leg los ja wie gesagt die matte das jetzt gerade zum zweiten mal 15 minuten schon vorbei du bist jetzt experte ich fahre nur rundherum schau mich um wir helfen uns ein bisschen gegenseitig hier ich bin eben nur der kleine bauer irgendwie die sehen hier immer alle gleich aus ne billige hosen die bauern eben sind bauern sehen immer gleich aus wir sehen das immer plötzlich weil die in treffer sitzen so wir machen uns gerade unsere zweite beziehungsweise unsere erste saartier fertig wird es ja noch dabei ja das dauert ein kleines stück ich habe nicht den schnellsten aber immerhin den ältesten ja das stimmt und ja dann dauert halt mal so im feld gute halbe dreiviertel stunde aber naja wir könnten ja absteigen aber wer fährt denn dann das teil ja das unsere ausfügsarbeiter könntest du dran lassen ja dann könnten wir das theoretisch mal machen siehst du und wir schauen uns mal in der welt um wollen wir laufen ja na ja wir laufen wir laufen wir laufen dann pack ich mal unseren kleinen hier ein genau auf uns einen ruf da fahr ich schon ich und fahren ich lass es lieber mal hier stehen sonst brauche ich noch einen unfall ja dann würde ich mal sagen wir laufen mal zu unseren händler wenn man mir folgen jo ich folge dir auch noch völlig und wenn wir wiederkommen ist es weltfällig ja so ungefähr ja wir müssen jedenfalls noch viel machen hier ja das ist erst der anfang hier von den großen spektakel aber wie gesagt maschinen haben wir noch nicht viele müssen wir uns erstmal ein bisschen was zur seite legen dass wir überhaupt was schaffen ein bisschen ist gut ja es ist also für meinen empfinden ist es ein bisschen überteuert hier drin also eine maschine hätte locker mal 20.000 kosten können aber sie kostet ja locker 200.000 ja ist ja auch eine große maschine ne ja na gut ist vielleicht realistisch angesehen aber wenn man jetzt normal spielen will ist es ja man wird teilweise schon ein bisschen gezwungen ein bisschen zu schieten aber ja deswegen ist es wahrscheinlich so eingestellt worden wir leben lieber auf Bauernverhältnis sei so arm da soll man auch nicht sagen also nicht jeder Bauer ist arm ne ah das stimmt da haben wir unser kleines Dorf würde ich jetzt mal sagen ja und wie man ja sieht mit Einwohnern auch wenn sie ein bisschen komisch aussehen grüß Gott die grüßen nicht musst du dir vorstellen und freundliche Menschen alles eigenblöder hier wir geben ihnen das Essen was sie zum Leben brauchen so hier ist eine Tankstelle aber vor uns hast du zu mir gesagt auf dem Feld ist eine Tankstelle ich weiß nicht ja dann hätten wir aber den Berg hoch müssen aha wir sind jetzt andersrum wir sind jetzt hier beim Händler oh das ist doch eine schöne Maschine hier von außen ja ein Kartoffelernder oh da kommen wir bestimmt auch irgendwann mal hin also wie gesagt wir müssen jetzt mal jeder das Feld reingehen ich wisse jetzt nicht ob das zusammen geht her drücken geht das bei dir? muss ich ihn hier ran? ja ich bin drin ja dann sehen wir ja schon mal was der kleine glückliche Traktor kostet der gerade auf dem Feld hat ne 15.000 ähm ja guten Tausender sag ich mal ja wenn wir die verkaufen würden würden wir 7.000 kriegen ja aber dann haben wir ja nichts mehr ne leider nicht aber könnten wir nicht irgendwas verkaufen haben wir nicht irgendwas was wir nicht gebrauchen können also wir feuchten erstmal wenn hm was könnten wir gebrauchen das ist die Frage wir mit schnelleren Erdnern Anhänger um erladen können aber das lohnt sich noch nicht ne da ist nicht mehr bessere Sehmaschine das wär mal was weil da wär ein bisschen schneller oder nen besseren Traktor das könnte natürlich irgendwas sein mm ja johau 5.600 ist ja nichts da kommen wir noch nicht an ne leider nicht außer dem höchsten Kredit aber das wär ja auch nicht gerade brauchen wir brauchen wir unsere pöttinger eigentlich nicht oder eigentlich nicht unser flüger doch bräuchte schade das hätten wir den verkaufen können hätten wir 10.000 beziehungsweise ich da hätten wir 15 hätte ich wieder 15.000 auf dem konto könnten uns was kleines kaufen ist wirklich als bei überlegen ob man es vielleicht ein kredit nehmen weil darauf kommen vielleicht gar nicht hin und dass wir den kredit dann vielleicht abbezahlen aber dass wir uns erst mal das notwendigste arbeitsgeräte holen einen größeren seer damit wir schon mal schneller was machen können sag ich mal einen besseren traktor weil dafür brauchst du dann wieder größere maschine für den größeren seo wirst wie aber ich am besten willst du mal das zeug weil du bist ja sowieso erst mal den kredit holen aber wenn du mir sagst wie wo wie also du gehst jetzt einfach auf das feld drauf und sie ist ja einfach was was ist so was brauchen wo musst du kippen grüger nein flüger seemaschine ja wo haben wir denn jetzt hier die seemaschine futtertechnisch gewicht gewichte traktoren frontlader erntemaschine kartoffelernte riepenernte kipper gruber flüge seemaschine genau ja dann würde ich nämlich den krim gl 420 vorziehen so warte mal welchen willst du haben sag mal noch mal gl 420 zur dritte ach den ja der kostet 23.000 habe ich nicht weißt du ja warte mal da gibt es nämlich irgendwo einen kredit den wir uns machen können ich habe aber noch nicht gesehen wo ach moment ich glaube ich weiß wo ja oder auch nicht wo können wir uns hier einen kredit nehmen ah warte mal warte nein jetzt bin ich rausgeflogen och du gott jetzt bin ich rausgeflogen ach leide unterhaltskosten 25 euro am tag du müsstest mich mal nochmal akzeptieren aber der ist für kartoffeln ne ich weiß nicht steht hier für kartoffeln ok und da drunter gl 420 verwendung kartoffeln legen arbeitsbreite 4 das nützt uns nichts weil dann bräuchte man wurde einen größeren ernten ja also wir müssen erst mal auf getreide bleiben so so es kann ich mich auch wieder wählen so wo bist du wo bist du wo bist du im Laden ja da bin ich wieder nicht toll gut dann müsste ich jetzt erstmal zu dir laufen perfekt oder oder nimm dir einen Traker Traker obwohl hast du eigentlich auch wieder recht weil wir holen jetzt das ich kann ja rüberspringen wenn ich ihn kann ich glaube du müsstest mal rausgehen kurz aus den Laden und rechts rum müsste eine Bank sein oder so Bankautomat und da könntest du klöpfe deinen Kredit machen wenn ich bin ich leider dann gucken wir mal karte 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 ja ich glaube ich sehe ich sehe ein schein auf meiner karte wenn das ein schein ist ja dann ist das so was ich glaube da müssen wir uns den Seer holen für 26.000 ich habe mich gerade eingesehen aber noch Geldautomat so klein können wir uns so 39.000 Kredit minus 50.000 so ich bin jetzt wieder gucke ich mal mit unser Kontostand liegt bei 10.720 wie viel kannst du leihen 5000 ich weiß es nicht die Bank gewährt ihnen einen kleinen und großen Kredit als 200.000 ja da kannst du dir selbst entscheiden wie viel du nimmst so jetzt haben wir gerade den Kredit von 100.000 ja also 60.000 habe ich jetzt Kontostand 26.000 kostet die Maschine also das also ich glaube wir brauchen ein bisschen mehr wie viel soll ich denn holen das wird das von 100.000 bis ich bin jetzt gerade bei 150 wir schulden jetzt 190 Kredit ja gut dann nehmen wir das so wie es ist und gut gut ändern können wir es eh nicht ich habe jetzt 150.000 gehen wir mal rein mal gucken was wir damit kaufen können anders wird es sowieso nicht ne kann man hier hochgehen das ist der Horsch Express 3 TD Verwendung Seen von Weizen, Gerste, Raps oder Gras Jaa, der ist gut kostet 26.000 gekauft gekauft steht bei Henssler abholbereit Ah, ich seh'n aber Trecker haben wir nicht dazu, ne? Ne, Trecker muss der Einzelne wählen Oh, schön Warte mal, ich versuche mal mit denen hier das Ding öfter nennen, mal sehen Genau, dann sparen wir ein bisschen was aber 124.000 haben wir noch aber der müsste eigentlich passen sonst hätte man den roten nennen müssen Jaa, ich müsste bloß mal recht stramm vorm So, dann machen wir mal sehen aber ich denke mal, der passt Jaa, der passt Bingo Aber ich glaube, ich brauche ein Gewicht weil der wird sonst hinten zu schwer Das liegt ja bei uns auf dem Hof Das liegt auf dem Hof, das ist gut Das könnte ich vorne lang Dann bräuchst du ja theoretisch noch was, oder? Äh, ja Wir könnten ja theoretisch dann unseren alten verkaufen Du bräuchst jetzt vielleicht mal einen größeren Hänger, oder? Kann das sein? Jaa Aber du brauchst ja dann wieder einen Trecker Genau Das ist es hier Warte mal, was Wo ist jetzt? Nein Wo sind so andere Seher jetzt? Da, da, da Achja, wir haben ja den Amazon Sinus 300... 3002, ne? Ja Aber den kann ich jetzt gerade gar nicht verkaufen Ich nehme, weil er gerade in Benutzung ist Das ist möglich, ja Gut Könnte Kühe kaufen Naja, damit können wir noch warten Jaa, so Ja, was brauchen wir noch? Hol mal einen ordentlichen Trecker Ein Treckerchen Ich... Ich... Maximale Leistung Ja, den, den, Linder, 94 Ja, den hatte ich auch gerade so Ja, den Nemo, der ist gut 94.000, haben wir aber kaum noch Krediten, ne? Ist mir aber egal, na gut Gut, dann kann man aber auch erstmal ordentlich was anbauen, sag ich mal So, ist gekauft Gut, der ist da Dann nimmst du Am besten Wenn ich ihn finde Gleich hier den, den Off Für den Trecker Und ich höre mir mal ein Gewicht Genau Dann hätten wir das ja Dann müsste eigentlich Bruno schon fertig sein Wir sind schon wieder bei der ersten Bei der letzten Minute Bei der letzten Minute Ja, dann sag ich jetzt mal Wunderschönen Dank, dass ihr zugeguckt habt Und schaltet dann Folge 2 bei mir ein Und beim Basti theoretisch Folge 3 Genau Ich versuche ihn gerade anzuhängen Aber ich sage dann auch schon mal Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Und wir sehen uns ja bei mir auf dem Kanal Mit dem Denny als Besucher Genau Ja, dann不好 Ich sage dann że